Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fahrzeugfunktion Einfach Erklärt. Im heutigen Video möchte ich euch einmal das Touch-Klima-Bedienteil vorstellen, welches im T-Cross, im Polo und ich meine auch im T-Rock aktuell verbaut wird. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir sehen erstmal zentral mittig das Display. Hier haben wir eine Zwei-Zonen-Klima-Automatik verbaut. Das heißt, ich kann die Temperatur für den Fahrer und Beifahrer separat regeln, deshalb die Temperaturen links und rechts und ich habe in der Mitte Zusatzinformationen zu den aktuellen Funktionen, die ich einstelle. Wir fangen mal ganz links an. Welche Tasten gibt es hier denn überhaupt? Es gibt einmal ganz links diese Taste, wo Max draufsteht und so eine kleine Scheibe mit solchen Heizdrähten angezeigt ist. Das ist die Funktion Max Defrust. Wenn ich die einschalte, wir werden das gleich hören, dann wird die gesamte Lüfterleistung und die Heizleistung, die ich angefordert habe, auf die Frontscheibe gegeben. Wir hören es jetzt, dass es ziemlich laut im Fahrzeug wird. Wozu brauche ich diese Funktion? Diese Funktion dient mir quasi dazu, um zum Beispiel im Winter die Scheibe schnell zu enteisen. Das heißt, wenn ich den Motor laufen habe, dann bekomme ich relativ schnell Wärme an die Frontscheibe und kann sie enteisen. Wozu dient mir die Funktion noch? Ich kann zum Beispiel im Frühjahr, wenn es draußen viel regnet und die Scheibe beschlägt, kann ich die damit auch relativ schnell freigeben. Rechts daneben sehen wir ein Symbol, was relativ ähnlich aussieht. Das ist eine viereckige Scheibe mit den drei Heizdrähten drin. Das ist die Scheibe, die Funktion, um quasi die Heckscheibenheizung zu aktivieren. Momentan funktioniert es hier nicht. Warum, weiß ich nicht ganz genau. Ihr würdet dann hier oben ein gelbes Lämpchen genauso sehen, wie eben bei der Taste Max-D-Frost und die Heckscheibe würde dann auch dort enteisen oder zum Beispiel Beschlag entfernen. Dann haben wir rechts davon eine Taste, dort steht AC dran. Die ist gerade an mit diesem Lämpchen. Das ist die Taste, um den Klimakompressor anzumachen. Wenn ihr diese ausmacht, dann läuft der Klimakompressor nicht mit und ihr habt quasi eine normale Lüftung in eurer Klimatisierung. Wenn ihr aber das Gefühl haben wollt, zum Beispiel im Sommer, dass die Luft super kalt wird, dann müsst ihr auf jeden Fall AC aktivieren. Rechts daneben gibt es eine Taste, die nennt sich Umluft. Das ist so ein kleines Fahrzeugsymbol mit einem angedeuteten Pfeil in Kreisform. Das heißt nichts anderes, als dass von außen keine Frischluft dazugeführt wird, sondern die Luft im Fahrzeug umgewälzt wird. Das ist relativ hilfreich, wenn ihr über Land fahrt und draußen es zum Beispiel nach Kudung riecht oder irgendwelche andere Gerüche in der Luft liegen außerhalb des Fahrzeugs, dann könnt ihr euch davon abschotten, indem ihr diese Taste betätigt. Dann seht ihr links und rechts außen für den Fahrer und Beifahrer getrennt jeweils solche Tasten mit einem Sitzsymbol und diesen Heizdrähten. Das ist die Sitzheizung. Die lässt sich hier in zwei Stufen durchschalten. Einmal draufdrücken, aktiviert die Sitzheizung in Stufe 2. Noch einmal draufdrücken auf Stufe 1 und wenn ich das dritte Mal drücke, dann ist sie wieder aus. Dann haben wir daneben die Taste mit der Beschriftung Auto. Was macht die, wenn ich die drücke? Ihr seht, dass im Display erscheint der Autoschriftzug und es wird in dem Moment alles so angezogen, dass die Klimatisierung automatisch arbeitet und das Optimum erreicht. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas verstellt habt und nicht wisst, wie ihr es wieder gerade gebogen kriegt, einfach die Autotaste drücken und dann läuft sie wieder so, wie sie soll. Wir haben dann hier unten in der Mitte einmal so einen Slider angedeutet mit einem kleinen Ventilator und einem großen Ventilator. Damit kann ich die Lüfterstufe verstellen. Im Automodus, so wie es jetzt ist, regelt er sie alleine und sobald ich dort reingehe, seht ihr das, zeigt er die Lüfterstufe aktiv an und ich kann sie anwählen. Ganz rechts maximale Lüfterstufe, ganz links minimale oder wenn ich nochmal drücke, kann ich sie ausmachen. Wenn ich wieder auf Auto drücke, ist wieder alles so, wie es sein soll. Dann haben wir rechts davon die Taste mit der Beschriftung Sync, die den dazu, um die Fahrer- und Beifahrertemperatur auf den gleichen Stand zu bringen. Manchmal ist es ja so, dass dem Beifahrer etwas zu kalt ist, das heißt, er verändert seine Temperatur. Dann seht ihr, der Fahrer hat jetzt 20,5 Grad, der Beifahrer 24,5 und wir sehen schon, bei Sync ist das Lämpchen ausgegangen. Wenn ich jetzt Sync drücke, dann zieht er sie wieder gleich. So, ich zeige das nochmal kurz. Hier eine andere Temperatur eingestellt, dann ist es auch nicht so, dass er, wenn der Fahrer jetzt die Temperatur verändert, dann bleibt die beim Beifahrer so, wie der Beifahrer sich das ausgewählt hat. Wenn ich Sync drücke, werden beide gleichgezogen und auch die Beifahrertemperatur reagiert wieder auf die Fahrerseite. Heißt also, ich kann das Ganze synchronisieren. Dann haben wir rechts, wie eben erwähnt, das Thema Sitzheizung für den Beifahrer. Im unteren Bereich sehen wir die beiden Slider, um die Temperatur einzustellen. Ihr habt das schon gesehen, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder singulär auf blau oder auf rot tippen, dann erhöht sich die Temperatur jeweils um ein halbes Grad. Wenn ich weiß, dass ich einen größeren Temperatursprung machen möchte, dann kann ich auch darüber wischen. Wir zeigen das mal. Wir stehen jetzt bei 20,5 Grad. Sorry. Oder bei 20 Grad. Und wenn ich jetzt wische, dann mache ich ungefähr 4 Grad plus über die gesamte Breite. Wenn ich nochmal wische, bin ich bei 28. Ihr habt schon gesehen, was gerade passiert. Man kann natürlich auch lang auf die eine oder auf die andere Seite drücken. Das heißt, wir sind jetzt bei 28 Grad. Draußen ist es richtig warm und ich möchte eigentlich die maximale Kühlleistung. Dann muss ich nichts anderes machen, als lang auf blau drücken. Er rammt langsam runter und dann steht low da. Und low heißt absolut kühlen. Gibt mir das, was geht. Das Gleiche funktioniert auch in die andere Richtung. Wir haben jetzt Winter draußen. Es ist richtig kalt und ich möchte eigentlich super warme Luft. Dann drücke ich lange auf rot und er springt auf high. Okay. So, jetzt ist es draußen relativ warm. Geht ihr mal hier runter auf eine annehmbare Temperatur. So, dann seht ihr in der Mitte noch zwei Tasten. Einmal die Off-Taste, die ist selbst erklärend. Die schaltet die Klimaanlage aus. Kann, wenn ich auf Off drücke, sie wieder aktivieren. Aber auch über das Thema Auto, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Oder halt über jede andere Taste auch. So, dann gibt es auf der rechten Seite hier eine Taste. Damit kann ich quasi manuell einstellen, wo die Luft rauskommen soll. Im Automodus ist es so, das Fahrzeug guckt, wie die Klimatisierung optimal eingestellt ist und bringt die Luft eher so ein bisschen zur Frontscheibe oder in den Fußraum oder auf die Ausströmer, die in der Mitte sind. Ihr könnt das natürlich auch hier übersteuern, indem ihr draufdrückt. Das hat eine Toggle-Funktion. Einmal draufdrücken heißt, alles auf die Frontscheibe. Nochmal alles draufdrücken auf die Frontscheibe und die Füße. Noch einmal draufdrücken nur auf die Füße. Nochmal draufdrücken auf die Füße und auf den Oberkörper. Nochmal draufdrücken nur auf den Oberkörper. Nochmal draufdrücken wieder auf die Frontscheibe. Ihr seht, ihr toggelt quasi von unten nach oben durch. Und bei jedem Mal klicken bekommt ihr eine andere Position dazu. Auch hier ist es jetzt wieder so, wenn ich eigentlich das Optimum aus der Klimaanlage rausholen möchte, drücke ich wieder auf Auto. Ja, das soll es an dieser Stelle zum Thema Touchklima-Bedienteil gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne unten drunter unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.